Ich kerb ganz dabei, ob das reicht? Nein, ich weiß nicht. Ihr respektiert mein Safe Place nicht, das ist peinlich. Ich kratz' nen Hit von der Black, krieg' nen Batzen ab in den Safe, du Platze. Stimmt, da war ja was. Ich dachte auch so, den kann ich auch noch nicht bis jetzt, glaube ich. Ohne, uh, Moneyboy. Ich fand's mir extrem lustig mit Moneyboy, muss ich ganz ehrlich sagen. Als Moneyboy da auf dem Schirm kann, ich hab so gekichert. Ich kratz' nen Hit von der Black, krieg' nen Batzen ab in den Safe, du Platze, ich risk deine Babe, deine Babe, klack, 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 yeah. Alle dann Boxer und die Stimme haben am Weg, ja. Alle hören zu, wenn ich sag, woher ich geh. Doch meine Lines heißen, wie der Schlaf ohne Komet. Ihr braucht ne OP, weil ich bin OP. Die ganze Szene ist echt bis 2013, wenn so passiv war, kassiv niemand will, sich mit bestreiten. Gib ich dir einer oder demnächsten, dafür dann doppelt, ich bin toxischer als die Frösche von diesem Gifft. Naja, ich weiß nicht. Ich erinnere mich, der O-Soft war echt nice. Von diesem Gifft, naja, ich weiß nicht. Naja, ich weiß nicht. Naja, ich weiß nicht. Naja, ich weiß nicht. Moneyboy, ich weiß nicht. Der Boy ist toxic, Flyer ist ein Cockpit, topfit, NBA-Draft wär ich toppick. Dropkick, direkt in die Fresse von nem Upquick. Nein, ich bin kein Hausmeister, doch ich hab nen Opstick. Posted up am Blockhit, hab das Ott mit, hot shit. Alle meine Boys schieben Optik, boom. Pull up in nem Lamp-Truck, skr, skr, skr. Eis an meiner Wrist, homie, boom, boom, boom. Rede nicht von Money, denn du hast es nicht. Slime, du hast kein Money, denn du hast es nicht. Redest mit dem Cops 31. Wenn der Cop mich fragt, wo ich war, naja, ich weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Moneyboy finde ich hier auch ziemlich fresh. Also gerade, also für Moneyboy-Verhältnisse finde ich das cool, oder? Also das hatte ich auch bei Chipotle gesagt, letztens in der Reaction, dass sich das mir sehr gut gefallen hat, Chipotle. Ich weiß nicht, was das ist, aber was hatte ich denn vorgehört mit dem Mac und mit Cheese so? Das war ja extremst funny für mich und dann, glaube ich, hatte ich noch einen oder so? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, vielleicht noch einen oder so? Oder war das meine erste Moneyboy-Reaction? Anyway, hier finde ich ihn richtig cool. Also irgendwie macht er sich, oder? Ich weiß es nicht. Ich sage ja immer so, Moneyboy ist so wahrscheinlich so sein eigenes, er fährt so seinen eigenen Filmen, er macht so sein eigenes Ding. Das ist schon funny. Also das ist so ein Moneyboy-Ding wahrscheinlich, ne? Aber ich muss trotzdem sagen, er passt auch so gut rein, ne? Auch so rollentechnisch im Verständnis, im Film halt, also im Film sage ich, ihr wisst schon, Moneymond 1, fand ich das so gut passend zu ihm irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn gerne angeguckt. Der hatte so Humor, ich wusste immer, ich wusste nicht, ob ich lachen soll, also so kichern im Sinne von, wow, voll cool, so, oder, ja, weiß man, ich fand es gut. Ich fand es richtig gut. Was für diese Version ist er, der Moneyboy, extra auf eigene Kosten nach Aachen geflogen? Okay. Hey, er hat ja schon selbst gesagt, Moneyboy, ne? Money, ich habe auch schon gehört, ist er nicht eigentlich Österreicher, der Moneyboy? Ich habe irgendwie gedacht, er wäre Österreicher oder so. Ja, das ist krass, wie viel man da irgendwie so mitbekommt, ne? So am Rande. Das ist schon funny. Das ist schon funny. Kiba, nee, sorry, Kiba, du schreibst, wir reacken uns so ein bisschen warm, das ist ja keine Reaction so. Kiba, du fragst, die Kaufland, nee, das Ding ist, wir waren gerade dabei zu klären, ob ich das hier gucken kann auf Twitch wegen TOS, weil es ja eine Werbung ist oder so, weißt du? Und ich will da nicht so Probleme kriegen, so mit meinem Affiliate-Status. Der Kopf mich fragt, wo ich war, naja, ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Ja man, ich weiß auch nicht. Was ist denn da? Sein Blick auch ist einfach eine Beste. Oh, was geht, was geht, was geht? Der Typ hat so eine Komik, ich schwöre es euch, der ist so lustig. Ja, ja, alle dann Boxer und die Stimme haben wir weg, ja, alle hören zu, wenn ich sagt, wo ihr nicht geht, doch meine Lines heißt Widerschaft von einem Komet, ihr braucht eine OP, weil ich bin OP, die ganze Szene ist echt zu 2013, wenn du passiv war, kursiv, niemand will sich mit bestreiten, gib ich...